Öffnen die Kiste, es werden zwei Legendary Karts, welchen Legendary wird es? Oh mein Gott, hi auf jeden Fall, Shayan Place, Clash Royale, ja auf jeden Fall, sehr sehr nice, okay, ich würde sagen, zur Feier des Tages öffnen wir jetzt die Clan-Truhe, let's go, wir öffnen die Clan-Truhe, 1620 Gold regelt, das ist doch schon wieder nice, also Leute, wir ziehen jetzt heute hier auf jeden Fall eine Legendary-Kart raus, wir ziehen euch jetzt hier 100%ig mal eine Legendary-Kart raus, und wird jetzt was angezeigt bei den Abos? Bis jetzt habe ich noch nichts bekommen, egal, 1620 Gold, let's go, einmal der Rambok, sehr schön, 20 mal die Skelette, weiter geht's, 28 mal die Fledermäuse, jetzt brauchen wir 200, oh, geht das noch? Also wir haben jetzt 9 mal die Rares bekommen, weiter geht's, 17 mal der Magier, Magier ist nicht schlecht, Leute, Magier ist auf jeden Fall nicht schlecht, zweimal den Ballon, und jetzt bekommen wir noch eine Common, richtig oft, 193 mal einen Minenwerfer, okay, das war keine gute Kiste, das war nicht schön, jetzt haben wir hier wieder was bekommen für die Clan-Truhe, Leute, da ist die Super Magical Chase, die können wir aber leider nicht öffnen, Geilo Panda hat auch noch ein Abo da gelassen, liebe Grüße, raus an dich, Leute, da ist es, da ist die Clan-Truhe, sollen wir die jetzt auch noch öffnen, wir öffnen jetzt auch noch die Clan-Truhe, Leute, wir rasieren, 1620 Gold, das ist auf dem Level-1-Account, so viel, wir haben endlich den Zap freigeschalten, Leute, ich habe so lange gewartet, bis wir endlich mal den Zap freigeschalten, und jetzt haben wir endlich mal den Zap freigeschaltet, sehr schön, 43 mal die Kobolde, 11 mal die Koboldhütte, 91 mal die Barbaren, 104 mal den Ritter, 16 mal den Mini-Pekka, leider keine Legendary-Card, nochmal dreimal den Pekka, schade, okay, leider keine Legendary-Card hier auf dem Level-1-Account, der Abdi ist am Start, der Clash-Royal-Zocker, ja, off, ja, ich weiß, ich habe doch gerade gesagt, es ist off, Kazamir, The Clash, Abdi, es sind alle wieder da, sehr, sehr schön auf jeden Fall, so, sollen wir uns den Rage kaufen, ich glaube, Rage auf Level-1-Account ist jetzt nicht so nice, 4 Karten, Leute, nächste Legendary-Card ist natürlich am Start, nein, leider eine epische Karte, einmal der Poison auf Level-2, bringt uns leider nicht so viel weiter, okay, 55 Gold, 5 mal wieder den Tesla, einmal ein Musketier, und wieder eine epische, wieder eine epische Karte, was ist denn hier los, so, nochmal die Gold-Truhe, 149 Gold, 3 mal die Sperrkobolde, 5 mal die Bogenschützen, 13 mal die Skelette, und 2 mal den Mini-Pekka, sehr, sehr schön auf jeden Fall, ja, Leute, alle Hashtag Daniel-Army sind natürlich heute am Start, wann ist die Auswahl-Truhe, um 14.20 heute kommt die Auswahl-Truhe, und wir haben auch hier noch, Leute, eine Clan-Truhe am Start, wir haben jetzt hier auch noch die Clan-Truhe am Start, ist auf jeden Fall mega, mega nice, Clan-Truhe Level-1-Account wird geöffnet, 1404 Gold, sehr, sehr schön auf jeden Fall, so, jetzt öffnen wir unsere erste Clan-Truhe, den Ofen freigeschaltet, das ist immer gut, also, Leute, hier auf dem Level-1-Account können wir ja nichts upgraden, das heißt, wenn wir jetzt den Ofen freigeschaltet haben, das ist das Einzige, was irgendwie geht, weil mehr als freischalten kann man ja nicht, wir können ja nichts upgraden, zum Beispiel der Hog-Rider, der ist unnötig, wir können jetzt nur noch auf Legendary-Cards gehen, das wäre auch noch gut, 8 mal Grabstein, sehr, sehr schön, 59 mal Ritter, 12 mal der Magier, 150 mal der Bomber, und leider keine legendäre Karte, und nochmal, zweimal Baby-Dragon, okay, nur den Ofen hat es jetzt hier gebracht, nur den Ofen, das war unsere erste Clan-Truhe, auf jeden Fall heute im Stream, jetzt haben wir 14.20, let's go, wir fangen an, danke schön auch noch an, xxt, xxtim, xx für dein Abo, liebe Grüße, raus an dich, und wir öffnen die Season-Herausforderung, so, 3011 Gold, sehr, sehr schön, okay, weiter geht's, wir bekommen 59 mal Kobolde oder 59 mal Zap, da werden wir erst mal den Zap nehmen, sehr, sehr schön, jetzt brauchen wir alle Rares, wir bekommen alle Rares, wir bekommen eine Legi, wir bekommen eine Legendary-Card, 76 mal der Elixiersammler, sehr, sehr schön, und daher ist die Legendary-Card, 15 mal die Kanon-Karre, Leute, 15 mal die Kanon-Karre ist am Start, und jetzt kommt die Legendary, was für eine Legendary-Card ziehen wir? Schreibt auf jeden Fall mal in den Chat, was für eine Legendary wir jetzt ziehen, jetzt könnt ihr auf jeden Fall reinschreiben, wir bekommen die Legendary, 15 mal die Kanon-Karre noch dazu, oben drauf, also da hat sich doch noch mal gelohnt zu pushen, sehr, sehr schön auf jeden Fall, öffnen die Kiste, es werden zwei Legendary-Cards, welchen Legendary wird es? Ja, es werden zwei nicht so gute Legendaries, aber, ja, keine kann ich davon leider gebrauchen, ich nehme mal den Lava-Hund, damit er mit auf Level 2 geht, aber trotzdem nice, Free-to-Play, Legendary, sehr nice, Boss Plays hat abonniert, Clash Game hat auch nochmal abonniert, liebe Grüße, den Raus an Clash Game, danke schön, dass du dabei bist, öffnen eine Clan-Truhe, 1404 Gold, 12 mal Pfeile, 39 mal Eisgeist, 40 mal wieder der Sepp, sehr, sehr schön der Sepp, 44 mal die Bogenschützen, 74 mal die Lakaienhorde, zweimal der Klon-Zauber und 23 mal den Eis-Golem, ist auch okay, sehr, sehr schön, und dann öffnen wir ja noch die epische Tour, die epische Tour ist auch noch nice, einmal der X-Bogen, einmal der Tornado, 7 mal Baby-Dragon, also Baby-Dragon geht in die richtige Richtung und 11 mal der Frost-Zauber, vielleicht kommt der Frost-Zauber ja irgendwann mal wieder back, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, Unlegentsyntex hat ein Abo da gelassen, liebe Grüße, den Raus an Unlegentsyntex, Samuel, Samu und HundeTV, also Leute, wenn euch dieses fette Opening gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall jetzt alle mal ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, das wird auch gerade jetzt hier noch auf YouTube zu sehen sein, also liebe Grüße gehen raus an euch, also lasst auf jeden Fall jetzt alle mal ein Like da unten, ein Abo, wenn ihr weitere Free-to-Play-Chest-Openings sehen wollt, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, haut rein und ciao!